Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Mein Name ist Benjamin Gollmer. Hallo und herzlich willkommen. Zu Beginn unserer Sendung möchten wir Sie gerne auf die neue Ausgabe der Schweizer Zeit hinweisen. Dieses Mal unter anderem mit den folgenden Themen. Die Autorin und Ingenieurin mit dem Spezialgebiet Energie Isabel Villajon deckt einen brisanten Fall von Wirtschaftsspionage in der Ostschweiz auf. Dr. Ulrich Schlüer kritisiert die von Funktionären gesteuerte Konferenz der Kantonsregierungen. Das ist eine politische Plattform der Schweizer Kantone. Durch ihr politisches Wirken wird die Schweizer Souveränität aktiv geschwächt. Und der Schweizer Ökonom Beat Kappler verurteilt den Paketvertrag mit der EU. Aus seiner Sicht ist die Schweiz damit zu dynamischer Hörigkeit gezwungen. Die Schweizer Zeit können Sie abonnieren unter www.schweizerzeit.ch Und eine exklusive Produktion der Schweizer Zeit läuft auch jede Woche am Montag im Kontrafunk. Nach dieser Werbung kommen wir nun zu den Themen von Kontrafunk aktuell. Im Frühjahr 2020 kamen die Masken in unseren Alltag. Maskierte Menschen in der Bahn, maskierte Menschen auf der Arbeit, maskierte Politiker in den Medien. Wer keine Maske hatte, sollte sich selber welche basteln. Eine Anleitung dafür hat auch der Radiosender Radio PSR veröffentlicht. Es ist so einfach, sich selber einen Mundschutz zu basteln. Einfach nur ein viereckiges Tuch nehmen und zwei Haargummis. Und so geht's. Und tadaa. Corona-Masken mit Haargummis oder mit einem alten Spannbettlaken oder aus Socken. So haben Menschen sich vor einem Virus schützen wollen. Aber nicht alle fanden das sinnvoll. Im Gegenteil, Masken können die Gesundheit gefährden. Das fürchtete die Ärztin Dr. Monika Zhang aus Baden-Württemberg. Sie hat Maskenbefreiungen ausgestellt. Tausende davon. Deswegen wurde sie zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Derzeit läuft die Berufungsverhandlung und wir sprechen mit dem Prozessbeobachter Wilfried Walter. Außerdem bei uns, es geht um Männer und Frauen. Habe ich da was vergessen? Wie viele Geschlechter gibt es eigentlich? Das fragte Ralf Schuler im Juli den Parteivorsitzenden der CDU, Friedrich Merz. Politik ist ja immer konkret eine Frage, die inzwischen als umstritten gilt in diesem Lande. Wie viele Geschlechter gibt es? Also es gibt vor allem zwei. Und das ist eine Diskussion, die, glaube ich, über die Köpfe der ganz, ganz großen Mehrheit der Bevölkerung hinwegführt. Wie wichtig diese Diskussion ist, werden wir heute thematisieren. Aber noch mehr, es geht um das Selbstbestimmungsgesetz. Das soll den Wechsel des Geschlechtseintrags erleichtern. Von Mann zu Frau, von Frau zu Mann und wieder zurück. Das soll erleichtert werden. Darum geht es mit Hedwig von Bewerförde, Sprecherin der Aktion für Ehe und Familie, Demo für alle. Und wir begrüßen den Apotheker Thomas Luft aus Neckarhausen bei Mannheim. Er bekommt seit Anfang des Jahres elektronische Rezepte und gibt dafür Medikamente aus. Was funktioniert das E-Rezept? Was sind seine Erfahrungen? Das hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Der Kampf der Geschlechter spielt sich traditionell zwischen Frau und Mann ab. Im Jahre 2024 sieht das aber ganz anders aus. Ein Kampf um die Anzahl der Geschlechter ist im Gange. Anhänger des Bundesliga-Spitzenreiters Bayer Leverkusen sind der Ansicht, es gäbe zwei Geschlechter. Fans von Dynamo Dresden ebenfalls. Beide Fangruppen hatten entsprechende Plakate während der Spiele gezeigt und dafür gab es im Fall von Bayer Leverkusen bereits eine Geldstrafe von 18.000 Euro vom Deutschen Fußballbund. Wie viele Geschlechter gibt es und wie gehen wir damit um, wenn Menschen ihr Geschlecht ändern wollen? Diese Fragen werden auch im Deutschen Bundestag debattiert. Die Ampel-Koalition arbeitet an einem neuen Selbstbestimmungsgesetz. Das soll es deutlich erleichtern, das Geschlecht und den Vornamen zu wechseln. Über das Selbstbestimmungsgesetz und die möglichen Folgen sprechen wir mit Hedwig von Bewerförde. Sie ist Sprecherin der Aktion für Ehe und Familie, Demo für alle. Frau von Bewerförde, herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Fußballvereine werden bestraft für die Äußerungen der Fans, es gäbe zwei Geschlechter. Auch sie sind Anfeindungen ausgesetzt wegen dieser Frage. Wie nehmen Sie die aktuelle Debatte um Geschlechter und Transpersonen wahr? Zunächst mal freue ich mich, dass jetzt tatsächlich auch direkt von der Basis der Menschen, also in Fußballstadien sind ja im Allgemeinen so ein Durchschnitt der Bevölkerung ist da versammelt, dass dort jetzt mal wirklich medial sichtbar in diese Debatte eingegriffen wird. Das ist sehr schön, denn zumeist spielt sich das ja alles in irgendwelchen Medien hauptsächlich ab. Und jetzt sieht man mal, dass die Bevölkerung das idiotisch findet, diese ganze Genderideologie, der wir ja schon seit inzwischen über 20 Jahren ausgesetzt sind. Aber inzwischen spitzt sich das ja zu. Wir haben ja, ich sag mal, die ganze Problematik des Geschlechtswechsels, Transgender und so weiter, das gibt es ja noch gar nicht lange in unserem Bewusstsein, ebenfalls der allgemeinen Bevölkerung nicht. Und das ist ja ein Thema, was in den letzten zehn Jahren oder in den letzten fünf Jahren eigentlich so richtig aufgepoppt ist, für jedermann sichtbar. Es wird höchste Zeit, dass das noch viel stärker in das öffentliche Bewusstsein kommt, was hier eigentlich für eine Revolution sich abspielt. Der CDU-Parteivorsitzende Friedrich Merz wurde im vergangenen Sommer gefragt, wie viele Geschlechter es denn gibt. Und er sagte, vor allem zwei. Dann sagte er, es gebe Themen, die wirklich wichtig sind. Also ist die Frage gar nicht wichtig, wie wichtig ist die überhaupt? Die ist auf jeden Fall sehr wichtig, wenn es jetzt darum geht, das Geschlecht in unserem Rechtssystem quasi völlig neu zu definieren, nämlich nicht mehr als das biologische Geschlecht, was ja das Grundgesetz darunter versteht und unser gesamtes Rechtssystem unter dem Geschlecht, sondern jetzt das Geschlecht heimlich quasi umdefiniert wird als ein selbst empfundenes Geschlechtsidentität, die auf dem ständig sich wechselnden Gefühl des einzelnen Menschen beruhen soll, dann ist das eine sehr wichtige Tatsache. Und da müssen wir genau hinschauen, weil das hat natürlich unglaubliche Konsequenzen. Sie sagen ständig wechselndes Gefühl. Die Beispiele, die wir jetzt medial wahrnehmen und die Erfahrungsberichte aus dem Leben von Transpersonen, klingen aber anders. Die klingen eher so, dass man sagt, ich war schon als kleines Kind in meinem Körper gefangen. Ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Ich habe mich als Mädchen gefühlt. Ich war aber ein Junge. Und dann, als ich erwachsen war, konnte ich das endlich ändern. Also das wäre dann kein ständig wechselndes Gefühl, sondern ein über Jahrzehnte aufgebautes Gefühl. Das, was Sie da jetzt beschreiben, ist das, was man nennt eine Geschlechtdysphorie. Das ist ja bis vor wenigen Jahren, also bis vor zwei Jahren, noch als eine psychische Krankheit definiert gewesen. Das aber hat jetzt die WHO geändert. Also das wird jetzt nicht mehr als Krankheit definiert. Aber davon mal ganz abgesehen, diese Geschlechtsdysphorie, das ist, wenn jemand wirklich langfristig eine tiefsitzende Identifikationsstörung mit seinem eigenen biologischen Geschlecht hat. Das ist aber nicht das, was wir jetzt im Moment in dieser wahnsinnigen Transwelle, von der wir alle überschwemmt werden, erleben. Und jetzt komme ich auf das Selbstbestimmungsgesetz zu sprechen, was Sie ja schon angedeutet hatten. Das soll ja gar nicht mehr die Voraussetzung sein für das Selbstbestimmungsgesetz. Jetzt soll es ja darum gehen, dass künftig jede Person einmal pro Jahr entscheiden kann, welchen Geschlecht sie sich gerade aktuell zugehörig fühlt. Und das dann entsprechend beim Standesamt mit einem einfachen Sprechakt ohne weitere Voraussetzungen einen Geschlechtseintrag entsprechend ändern kann, inklusive seinem Vornamen. Also da sieht man schon, dass es das, was völlig anderes ist, als das, was Sie gerade beschrieben haben. Das Selbstbestimmungsgesetz ist gerade in der Beratung. Es soll das Transsexuellengesetz von 1980 ablösen. Es ist letzten Endes auch eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts, dass man eine Neuregelung trifft. Machen wir mal ein Beispiel. Also ich heiße Benjamin Gollme. Ich bin etwa 90 Kilo schwer, habe eine Glatze. Ich sehe wahrscheinlich aus wie ein Kerl. Wenn ich jetzt entscheiden würde, bin ich aber nicht. Ich nenne mich ab jetzt Steffi Gollme. Ich bin jetzt eine Frau. Welche Konsequenzen hätte das nach den Plänen der Bundesregierung? Also müssten mich Behörden als Frau ansprechen? Müssten mich Polizisten als Frau ansprechen? Müsste mich mein Gegenüber als Frau ansprechen? Und wäre beispielsweise Burghard Müller-Ulrich verpflichtet, mich in Zukunft Steffi zu nennen? Wenn Sie das jetzt eintragen lassen würden, nach dem künftig geplanten Gesetz, wären alle diese Personen verpflichtet, sie entsprechend so anzusprechen. Und nicht nur das, wenn Sie dagegen verstoßen würden, weil Sie sich vielleicht noch erinnern, dass Sie neulich doch noch ein Mann waren und einen anderen Vornamen hatten, dann wären Sie in der Gefahr, bis zu 10.000 Euro Strafe zahlen zu müssen, weil Sie gegen das sogenannte Offenbarungsverbot verstoßen würden. Was eben unter Strafe stellt, dass man bekannt gibt, wie eine Person vorher gehießen hat oder welches Geschlecht sie vorher hatte. Das ist irre. Also daran sieht man schon die ganze Absurdität, die hier geplant ist, die wir wirklich aufhalten sollten. Unbedingt. Die prominenten Fälle sind ja so, wie ich das beschrieben habe. Also Georgine Kellermann oder Tessa Gansra, Menschen, die als Mann geboren sind und nun als Frau leben. Deswegen konzentrieren wir uns mal auf diesen Fall. Welche konkreten Auswirkungen kann das dann für Frauen und Mädchen im Alltag haben? Wenn Sie plötzlich mit biologischen Männern, die sich aber zur Frau erklärt haben, die können Sie überall treffen. Die berühmtesten Beispiele sind natürlich die Frauensauna, wo Frauen also hoffen, unter sich zu sein und dann plötzlich eine entsprechend ausgestattete Transfrau, die in Wirklichkeit ein biologischer Mann ist, dort mit dabei sein möchte. Was natürlich viele Frauen wahrscheinlich eher weniger angenehm finden. Aber es gibt einfach auch Schutzräume für Mädchen und Frauen ganz allgemein. Das ist jede Toilette, jede Mädchentoilette, jede Frauenumkleideraum. Aber ich möchte auch mal ein Beispiel bringen, was meistens nicht so gesehen wird. Zum Beispiel stellen Sie sich vor das Krankenhaus. Sie sind als Frau im Krankenhaus, einem Zweibettzimmer oder Mehrbettzimmer und da ist plötzlich ein oder mehrere biologische Männer, die sich zur Frau erklärt haben, liegen da mit Ihnen. Also das kann wirklich jeden von uns treffen, diese Auswirkungen dieses Gesetzes, wenn sich eben Männer ohne weitere Voraussetzungen zur Frau erklären können und das von der gesamten Gesellschaft akzeptiert werden muss, ob sie wollen oder nicht. Das ist schon sehr, sehr gravierend, was hier geplant ist. Das Bundesgesetz wird vor allem die rechtliche Transition regeln. Konkrete Fragen wie diese Frauensauna werden da nicht geregelt. Das wird dann delegiert auf Landesebene oder an Privatunternehmen. Letzten Endes sagt ja die Bundesregierung, also Frauensauna, das Thema Frauenhäuser und andere Fraueninstitutionen, das regeln wir ja gar nicht. Also da soll ja dann das sogenannte Hausrecht greifen, laut geplantem Gesetz. Aber ganz ehrlich, also wenn Sie als Saunabesitzer oder als Frauenhausbesitzer, wenn Sie jemanden, der jetzt behauptet, eine Frau zu sein, obwohl er ein biologischer Mann ist und was Sie vielleicht wahrnehmen, wenn Sie den jetzt plötzlich ausgrenzen und sagen, du kommst hier nicht rein, dann wird er sich sofort wiederum gegen diese Diskriminierung zur Wehr setzen. Also da wird im Grunde ein Problem auf die einzelnen Institutionen abgewälzt, was der Gesetzgeber keine Lust hat zu regeln. Das ist unglaublich. Das wird riesige Konflikte hervorgeben. Da werden dann Rechtsstreitigkeiten geführt werden, bis das dann auch abgeschafft ist. Und auch diese Möglichkeit, Transfrauen sogenannte, rauszuhalten, dann auch nicht mehr möglich sein wird. Die Befürworter dieses Gesetzes sagen jetzt, dass Sie hier einen Teufel an die Wand malen, also etwas skizzieren, was so gar nicht passieren wird oder nur in höchsten Ausnahmefällen. Also dass zum Beispiel ein Mann aus sexuellen Orientierungen erstmal sein Geschlecht ändert, damit er dann mal in eine Frauensäune gehen kann und da dann Frauen belästigt, entweder durch Taten, Worte oder Blicke. Das sei dann halt überhaupt ein absolutes Randphänomen, was noch nicht vorgekommen ist und vielleicht auch nie vorkommen wird? Natürlich ist das schon vorgekommen. Es ist ja schon passiert verschiedentlich, also in verschiedenen Ländern dieser Welt, unter anderem in den USA, aber auch in Wien. Vorher nicht allzu langer Zeit hat genau das ein Mann schon ausprobiert. Also diese Dinge sind keineswegs erfunden und hypothetisch, sondern die passieren bereits. Wir kennen auch x Fälle schon von Vergewaltigungen in Frauengefängnissen, von sogenannten Transfrauen. Also es gibt diese Fälle durchaus. Aber ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen, was uns natürlich als Aktion für ihre Familie, Demo für alle ganz besonders im Herzen liegt. Und das sind unsere Kinder, die Kinder und Jugendlichen, die mit diesem Gesetz wirklich in eine Falle gelockt werden, nämlich in die Falle, sich über diesen reinen Sprechakt, den sie dann einfach vollziehen können, ab 14 Jahre, dann auf eine Rutschbahn zu geraten, bis hin zur geschlechtsangleichenden Operationen. Also langfristige Folgen, die daraus erwachsen, dass Kinder und Jugendliche es ihnen so leicht gemacht werden wird, ihr Geschlecht in Anführungsstrichen zu wechseln. Diese Frage ist in der Tat besonders kompliziert. Nun heißt es ja, dass wenn sich beispielsweise ein 14-jähriger Junge sicher ist, dass er als Frau leben wird, dass er genau dann in Hormonbehandlung und ähnliches eintreten muss, damit sich die männlichen Geschlechtsmerkmale und die Hormone gar nicht entsprechend ausprägen. Also man muss zu diesem frühen Zeitpunkt einschreiten, damit er das Leben als Frau richtig leben kann. Die Grundproblematik ist aber, dass ein 14-jähriger Junge oder auch ein 14-jähriges Mädchen noch nicht die Reife hat, eine so weitreichende Entscheidung zu treffen. Das kann man allgemein sagen, denn sonst wären sie ja Erwachsene. Nicht umsonst haben 14-Jährige eben noch nicht die vollen Rechte, über alles zu entscheiden, wie ein 18-Jähriger, Volljähriger. Also das ist in sich schon mal ein Wahnsinn. Wir brauchen stattdessen Schutz von Jugendlichen, weil gerade in dieser Phase, wo man in der Pubertät ist, ist man ja auf der Suche nach seiner Identität. Und da probiert man sich aus. Da kommen viele Erschütterungen, oft einfach durch diese körperlichen Veränderungen, die sich da abspielen in einem jungen Menschen. Und das ist genau eine Phase, wo Jugendliche Schutz brauchen davor, dass sie selbst über alte Entscheidungen treffen, die sie nie wieder rückgängig machen können vielleicht. Und die Problematik ist, wie gesagt, dass wenn ich erst einmal ganz einfach über meine vermutete Transidentität, also zum Beispiel ein junges Mädchen, meint, sie sei ein Junge. Sie glaubt das, weil sie einfach das von allen Seiten schon gehört hat, dass das vielleicht sein könnte, dass sie gar kein Mädchen ist. Und sie verfolgt diesen Pfad und stößt im Internet auf alle möglichen Bestätigungen, auf Tests, auf Fragen, die sie darin quasi letztendlich in diese Richtung drücken, dass sie tatsächlich glaubt, sie ist also kein Mädchen. Jetzt könnte sie mit diesem Gesetz ganz leicht zunächst mal einfach ihren Geschlechtseintrag ändern. Ich muss dazu sagen, an der Stelle müssten jetzt noch die Eltern zustimmen bei einem 14-jährigen Mädchen nach dem neuen Gesetzesvorhaben. Wenn die nicht zustimmen, dann könnte dann diese Entscheidung des Mädchens vom Familiengericht ersetzt werden. Das ist geplant. Also die Eltern sind quasi fast gezwungen zuzustimmen, weil sie ansonsten vom Familiengericht überstimmt würden. Kinder und Jugendliche werden nicht alleine gelassen mit dieser Frage. Es gibt unterschiedliche, auch staatlich geförderte oder sogar staatliche Möglichkeiten, sich zu informieren. Das Land Berlin empfiehlt die Webseite Queerer Erstberatungskoffer. Das Bundesministerium für Familie hat eine eigene Seite. Das nennt sich regenbogenportal.de. Es gibt also durchaus Beratungsangebote auch staatlicher Seite für Transkinder. Allein schon das Regenbogenportal ist ein gutes Beispiel, weil es zeigt, dass eben ganz klar in Richtung Trans beraten wird dort von der Bundesregierung. Dort wurden Pubertätsblocker verharmlost und regelrecht vorgeschlagen für Kinder. Da wurde ein Test angeboten. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles noch aktuell so auf der Seite steht, aber das war sehr, sehr umstritten, wo Kinder geradezu aufgefordert wurden, sich zu hinterfragen, ob sie eigentlich wirklich in dem Geschlecht sich fühlen, was sie quasi als biologisches Geschlecht haben, mit einem entsprechenden Fragenkatalog. Also genau das zeigt, dass wir eben gar keine objektive und kinderschützende Beratung hier haben, leider von unseren Regierungsseitig, sondern dass hier bereits eine Ideologie top down, also von oben nach unten, promotet wird, also gefördert und in die Köpfe von Jugendlichen hineingebracht wird. Derzeit ist es so, wer sein Geschlecht wechseln möchte, braucht dafür zwei bestätigende Gutachten und ein Gerichtsverfahren, was auch mehrere tausend Euro Kosten verursacht. Das soll jetzt verändert werden. Diese Menschen haben das Gefühl, sie werden hier in ihrer Persönlichkeitsentfaltung diskriminiert, weil sie etwas beweisen müssen, von dem sie wissen, dass es so ist. Das ist die Position. Wie würden Sie es denn in Zukunft regeln? Ich würde das so lassen. Dieses Gesetz ist auch nicht großartig, das transsexuelle Gesetz, aber das, was jetzt geplant ist, dieses Selbstbestimmungsgesetz, das geht überhaupt gar nicht. Es ist auf jeden Fall immer besser, wenigstens Gutachten einzufordern. Die sollten allerdings stärker sein und fachlich noch fundierter sein müssen, als sie es jetzt nach der jetzigen Gesetzeslage sind. Aber zumindest wird da noch das ganze Ansinnen, sein Geschlecht wechseln zu wollen, noch hinterfragt. Und es wird einfach auch geprüft, das ist auch für den Betroffenen selbst wichtig, ob da vielleicht etwas anderes dahinter steckt, eine andere Problematik als eine wirkliche Geschlechtsdysphorie, eine echte Identifikationsstörung mit dem eigenen biologischen Geschlecht darstellt. Das ist auf jeden Fall besser als das, was geplant ist. Aber noch besser wäre es, wenn die Hürden noch größer wären, ohne dass deswegen Menschen in irgendeiner Weise diskriminierend oder in irgendeiner Weise beschämend angesprochen werden müssten. Das ist ja eine Behauptung, die da immer gesagt wird, die letztendlich so gar nicht zu beweisen ist. Die deutsche Ampelkoalition arbeitet an einem Selbstbestimmungsgesetz. Damit soll unter anderem der Wechsel des eingetragenen Geschlechts erleichtert werden. Dafür soll dann der Gang zum Standesamt genügen. Dabei kann dann auch der Vorname geändert werden. Derzeit braucht es dafür zwei Gutachten und ein Gerichtsverfahren. Über das geplante Gesetz sprachen wir mit Hedwig von Bewer Förde. Sie ist Sprecherin der Aktion für Ehe und Familie, Demo für alle. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Kommst du mit auf die Demo? Ich bin gerade auf der Demo. Ich war gerade auf der Demo. Die Demonstration findet nicht nur auf der Straße statt, sondern auch in sozialen Medien, in Freundeskreisen, in WhatsApp-Gruppen oder sogar unter Arbeitskollegen. Auf die Demo zu gehen, scheint derzeit sozial erwünscht zu sein. Der klinische Psychologe Prof. Michael Klein wird nun ergründen, warum das so ist. Die Deutschen sind ein Volk der Angsthasen und Hasenfüße. Nicht umsonst existiert im Englischen das Wort German Angst, um diese spezielle Angstneigung der Deutschen zu bezeichnen. Für Angst sind die lange unterdrückten und obrigkeitsgläubigen Deutschen immer noch zu haben. Heutzutage ist es die chronische Angst vor den bösen Rechten und die apokalyptische Klimaangst, die so gut zum deutschen Volkscharakter passen, dass wir weltweit in einer eigenen Angstliga spielen. Dabei beginnt die Angst vor den Rechten schon dort, wo vor wenigen Jahren noch die politische Mitte war. Wenn eine mit Regierungs- und Stiftungsgeldern subventionierte Propagandafirma Angst vor rechten Polizszenarien sät, begeben sich Millionen Deutsche auf die Straße. Diese regierungskonformen Massendemonstrationen, die vorgeblich die Demokratie schützen wollen, verstärken alle obrigkeitsgehorsamen Reflexe, die so auch die herrschende Migrations- und Klimapolitik willfährig akzeptieren. Wie kann das sein? Was die Angst vor einer rechten Diktatur angeht, ließe sich durch Vernunft statt ideologiebasierter Politik das rechte Gespenst binnen kürzester Zeit verjagen, wenn die entsprechenden Machteliten es nur wollten. Eng verwandt mit der hohen Angstbereitschaft ist die Neigung zu Hysterie und Panik. Unter Hysterie versteht man heutzutage das schnelle und situationsunangemessene Überschießen von Emotionen, die dann nicht mehr kontrolliert werden können. Bei solch überschießenden Emotionen stellt sich schnell das Gefühl der Panik ein. Die derzeitigen massenhaften Demonstrationen gegen Rechts tragen unverkennbar hysterische Züge. Dass sie sich undifferenziert gegen ein ominöses, böses Rechts richten und immer wieder menschenverachtende Terraden wie Tötet alle AfDler gegen den rechten Feind propagieren, unterstreicht die mentale Undifferenziertheit dieser Massenbewegung. Offenbar fällt vielen Demonstranten gar nicht auf, dass sie einerseits aus guten Gründen gegen Hass und Hetze Flagge zeigen wollen, dass aber andererseits auf vielen gezeigten Flacken und Transparenten voller Stolz und Inbrunst genau solche Parolen von Hass und Hetze getätigt werden. Rechte zu entmenschlichen, einfach weil sie Rechte sind, gehört nicht zu den demokratischen Grundtugenden von Toleranz, Widerspruch und Vielfalt. Dies alles nicht zu erkennen, kann nur im Zustand der Hysterie und der irrationalen Gewissheit im Besitz der einzig richtigen Haltung und Moral zu sein geschehen. Also lieber sich besinnen, nicht von Massenhysterie anstecken lassen und die Geschichte der Weimarer Republik einmal genau studieren. Denn Geschichte wiederholt sich nicht und der neue Totalitarismus kommt ganz anders in die Welt als der alte. Es ist sicher gut, über ein gefestigtes Wertesystem zu verfügen. Problematisch wird es aber, wenn durch Politik und Medien anderen in kategorischer und erzieherischer Art das eigene Wertesystem in rechthaberischer Weise übergestülpt wird. Im Land herrscht schon längst moralische Panik, die ihn wunderbarerweise von den primären Problemen der Gegenwart ablenkt. Hypermoralische Politik wird so zur Pseudoreligion und erzeugt auch international keine Freundschaften, sondern Unverständnis und Ablehnung. Bei der sogenannten feministischen Außenpolitik wird Moral statt Diplomatie praktiziert, zunehmend zum Schaden des Ansehens Deutschlands. Lieber sich in einem vermeintlichen richtigen Moralsystem sonnen, als die Lebensrealität adäquat und realitätsgerecht wahrzunehmen und den Menschen zu dienen. Die Aufgabe der deutschen Diplomatie wäre, für Frieden zu sorgen, auch und gerade in der Ukraine, wo schon mehr als 500.000 Männer auf beiden Seiten gefallen sind. Aber da ist die so hypermoralisch daherkommende feministische Außenpolitik blind. Es sind ja nur Männer. Es braucht Mut, um die Freiheit zu bewahren. Die multiplen Krisen der Gegenwart machen es schwer, gelassen und vernunftsorientiert durch die Gegenwartsgeschichte zu navigieren. Dabei ist genau das der beste Kurs. Die politischen und medialen Eliten ergänzen und übertreffen sich dabei, den Menschen Angst und Panik zu vermitteln. Damit wird es schwer, diesen Kurs zu finden. Die Eliten profitieren dabei von der Angst und Unmündigkeit, die sie selbst säen. Nur vordergründig herrscht Demokratie. Die Möglichkeiten zur Teilhabe an Entscheidungen oder gar Macht werden immer geringer. Schon Widerspruch und Kritik an den dominierenden linksgrünen Narrativen ist gefährlich und kann die Existenzkosten oder den sozialen Tod bringen. Noch nie seit 1949 war die Demokratie so gefährdet wie heute, aber in einem ganz anderen Sinne als die gratismutigen Demonstranten gegen rechts dies beklagen. Der mutige Gegenwartsdeutsche, der sich seines Verstandes zur Analyse des Geschehens bedient, weiß, dass die größten Gefahren in der Bedrohung von freier Rede und freiem Denken liegen. Ich wünschte mir massenhafte Demonstrationen für die Freiheit des Denkens und Sprechens und gegen Intoleranz und Umerziehung von oben. Das war der Kommentar des Tages von Professor Michael Klein. Das Jahr 2023 begann mit einem Paukenschlag. Haftstrafe für Monika Zhang. Die Ärztin aus Weinheim bei Heidelberg erhielt eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten. Hinzu kam ein dreijähriges Berufsverbot. Dr. Monika Zhang wird vorgeworfen, in mehr als 4000 Fällen Maskenbefreiung ausgestellt zu haben, oft ohne die Patienten untersucht zu haben. Das seien falsche Gesundheitszeugnisse. Kontrafunk hat im Dezember 2022 mit der Ärztin gesprochen. Und hier hören Sie ihre Sicht zu den Anschuldigungen. Weder war es ein unrichtliches Zeugnis, noch war es zur Vorlage bei Behörden oder Versicherungsgesellschaften. Das war damals geltendes Recht. Die Neufassung, die gab es erst ab November 2021, also deutlich nach den angeklagten Fällen. Das sagte Dr. Monika Zhang knapp drei Wochen vor dem ersten Urteil gegen sie gegenüber Kontrafunk. Derzeit läuft die Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Mannheim. Unser nächster Gast ist Prozessbeobachter und hat bereits das erste Verfahren begleitet. Der Journalist Wilfried Walter betreibt das Portal Fakt in Hessen. Herr Walter, guten Tag. Gerne. Derzeit laufen die Schlussplädoyers. Die Staatsanwaltschaft hat das bereits abgelegt. Und gestern war dann der Tag der Schlussplädoyers der Verteidigung. Beginnen wir mal mit der Staatsanwaltschaft. Sie fordert ein noch höheres Strafmaß, vier Jahre Gefängnis. Wie wird das begründet? Das wird begründet mit erneut 4.374 Fällen unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Zusätzlich zu der vierjährigen Haftstrafe wird ein einjähriges Berufsverbot befordert. Jetzt haben Sie eine ganz konkrete Zahl genannt. Ein weiterer Prozessbeobachter, Dirk Helwig, sagte, dass diese Zahl gar nicht so richtig gezählt worden sei. Können Sie sagen, wie sie zustande gekommen ist? Die Zahl ist laut Zeugenaussagen des ermittelnden Kripobeamten zustande gekommen. Die haben rund 100 Fälle ermittelt und den Rest anhand von Kontoauszügen der angeklagten Ärztin hochgerechnet. Das bedeutet, die Kontoauszüge wurden ausgewertet? Wurde dann genau geschaut, dass da im Betreff auch Attest stand? Nein, das ist einer der Punkte, den die Verteidigung von Anfang an ins Feld geführt hat. Das könnten genauso gut auch Sportatteste gewesen sein oder andere Gesundheitsatteste, die da zahlt wurden auf diesem Konto. Die Verteidigung hat gestern Freispruch gefordert. Dabei bestreitet Dr. Zhang ja nicht, diese Maskenatteste ausgestellt zu haben. Wie argumentiert die Verteidigung? Die Verteidigung argumentiert der Gestalt, dass sie sagt, das waren keine Gesundheitszeugnisse. Und als juristischer Laie erschließt sich das auch nicht. Denn in den jeweiligen Attesten stand der Satz, dem Herrn X oder Y wird attestiert, dass das Tragen einer Maske kontraindiziert ist. Das ist ja kein Gesundheitszeugnis. Das heißt ja nicht, er hat Asthma oder er hat irgendeine andere Herzkrankheit oder was auch immer. Und er darf deshalb die Maske nicht tragen. Zum anderen sind diese Zeugnisse nach dem alten Paragrafen 478 das Strafmaß dahingehend ausgelegt, dass die Atteste zur Vorlage bei einer Behörde oder einer Versicherungsgesellschaft dienen. Das war ja nicht gegeben. In der Vergangenheit gab es immer wieder Unterstützer vor den Verhandlungstagen. Wie war das gestern und wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung vor Ort? Gestern waren etwa 75, 80 Besucher da, die die Ärztin unterstützt haben. Auch dazu gibt es etwas Konkretes zu sagen. Der Vorsitzende hatte für diesen gestrigen Tag einen kleinen Saal geordert, in dem gerade mal zehn Presseplätze und 18 Besucherplätze zur Verfügung standen, was natürlich zu Unwutsbekundungen führte und auch zu einer einstündigen Verspätung des Sitzungsbeginns. Was heißt im Klartext, der Vorsitzende wusste dann im Hauruck-Verfahren den Saal wechseln und letztendlich dann wieder in den größeren Saal, der vorher schon zur Verfügung stand, benutzen. War das jetzt überraschend, dass 75 Besucher kamen oder war das die Tage zuvor auch schon so? Das war nicht überraschend, aber zu erwarten angesichts des zu Ende gehenden Prozesses und der zu erwartenden Plädoyers der Verteidigung, damit ein möglicherweise sogar anschließend Urteil, das natürlich dann nicht zustande kam, aber es war zu erwarten, dass da mehr ist. Das Urteil wurde gestern noch nicht gesprochen. Wissen Sie schon, wann es soweit ist? Wie ist jetzt das weitere Verfahren? Es soll am 20. Februar hilfswahrscheinlich gesprochen werden, aber der Richter hat zum Schluss seiner Ausführungen angedeutet, dass er durchaus nochmal in die Beweisaufnahme einsteigen könnte. Frau Zhang vertritt unter anderem die Auffassung, dass Mund-Nasen-Bedeckungen gesundheitsgefährdend sein können. Wie haben die beiden Gerichte, denen Sie jetzt beigewohnt haben, diese Befürchtung bewertet und untersucht? In der ersten Instanz beim Amtsgericht Weinheim wurde das total verworfen. Das hat die Richterin gar nicht zugelassen als Argument. Und die Verteidigung hat heute auch sehr intensiv gegen diese Richterinnen Vorwürfe erhoben, ebenso an die Staatsanwaltschaft wegen nicht ausreichender Ermittlungen. Und dem plädierenden Staatsanwalt, der am 10. Protesttag lustigerweise zum ersten Mal überhaupt an diesem Prozess teilnahm, der musste dann also das Plädoyer vorlesen, das ihm wohl seine Chefin mit auf den Weg gegeben hatte. Und der forderte auch ein Berufsverbot, wie gesagt, von einem Jahr, was letzten Endes laut der Verteidigung überhaupt nicht zulässig ist aufgrund der vorliegenden Fakten. Nochmal kurz zurück. Der zuständige Staatsanwalt war am 10. Prozesttag zum ersten Mal dabei. Habe ich das richtig verstanden? Wer war denn vorher dabei? Die zuständige Staatsanwältin ist eine Frau Katja König, eine Oberstaatsanwältin, die den Prozess eigentlich führt oder geführt hat, die sich aber zuletzt vertreten lassen. Zweimal von einem Staatsanwalt Stork und zuletzt beim Plädoyer von dem Staatsanwalt Felix Steinmetz. Und heute, beim 11. Prozesttag, war eine ganz junge Staatsanwältin, Daniela Wanke, als Vertreterin der Staatsanwaltschaft, die auch erstmalig an dem Prozess teilnahm. Nochmal kurz zu den Maskenattesten. Gab es den Versuch der Verteidigung, Dokumente einzureichen, dass Masken gesundheitsgefährdend sein können? Wurden Sachverständige gehört? Wurden Gutachten eingeholt? Das wurde nochmal ein Beweisantrag gestellt vor den Plädoyers. Ein sehr umfangreiches Gutachten verlesen. Alleine das Verlesen dauerte zwei Stunden. Die drei Verteidiger haben sich abgewechselt, auch garniert mit kürz-richterlichen Urteilen des BGA, der also dann sagt, nein, das sind keine Gesundheitsatteste, die sich hier vorgestellt wurden. Im Internet kursiert ein Dokument mit zahlreichen Anschuldigungen gegen das Gericht. Das ist anonym, der Verfasser ist nicht bekannt. Da heißt es unter anderem, eine der Schöffinnen habe einen Interessenkonflikt, da sie bei einem Pharma-Großhandel arbeiten würde. Was können Sie dazu sagen? Das ist korrekt. Diese Schöffin wurde am zweiten Prozestag schon von der Verteidigung abgelehnt, wegen Sorgnis der Erfangenheit. Und sie hat das abgelehnt, auch das Gericht hat das abgelehnt. Und es ist ganz klar, sie arbeitet bei einem internationalen Pharmakonzern, der unter anderem Masken vertreibt. Ein anderer Punkt ist die Mutmaßung, dass im Gericht eine Kamera laufen gelassen wurde, obwohl Prozessbeobachter ihre elektronischen Geräte abgeben mussten. Waren Sie dabei, als es zu diesem Vorfall gekommen sein soll? Was ist da passiert? Nicht eine Kamera, es waren deren zwei. Und zwar rechts und links an den Seiten des Gerichtssaals riefen in der Tat Kameras, die alles wohl erfassten und ständig schwenkten. Die Verteidigung hat dem widersprochen und hat also da auch das Besorgnis der Befangenheit wiederum ins Spiel gebracht. Auch das wurde abgeschmettert. Allerdings waren ab dem nächsten Prozestag dann diese Kameras nach oben gerichtet, bis zum heutigen Tag. Was hat das Gericht dazu gesagt, welchen Sinn diese Kameras gehabt haben? Die wären eigentlich nur auf die jeweiligen Mikrofone justiert und würden sich also auf Sprecher vor den Mikrofonen einstellen. Das wäre automatisiert. Aber das System sei selbst schon einige Zeit kaputt und defekt. Also das würden gar nicht aufzeichnen. Dann stelle ich mir die Frage, warum schwenken die dann? Für Dr. Zhang steht ja einiges auf dem Spiel. Zum einen ihre persönliche Freiheit, zum anderen die Möglichkeit, ihren Beruf weiter auszuüben. Haben Sie mit ihr gesprochen, wie sie dieses Verfahren emotional begleitet? Sie wirkt nach außen hin sehr cool. Ich habe mit ihr sehr wohl gesprochen und sie sagt, sie ist genervt von den ständigen Wehrschlägen, die da kommen. Das kann ich nachvollziehen. Wenn alle Anträge der Verteidigung zur Entlastung abgelehnt werden, dass das nervlich angreift, das kann man nachvollziehen. Wenn Sie sagen, dass die Beweisanträge der Verteidigung abgelehnt werden, können Sie daraus auch schon eine Tendenz ableiten, was Sie meinen, wie der Prozess ausgehen wird? Das würde ich nach dem heutigen Tag als sehr schwer einschätzbar bezeichnen wollen. Denn heute hatte ich den Eindruck, dass der Richter nachdenklich geworden ist nach dem Gutachten, was die Verteidigung heute noch präsentiert hat. Und seine Schlussaussage vom heutigen Tag, die ist auch so zu sehen, dass er gegebenenfalls das noch als Beweis ziehen lassen könnte. Also ob er es macht, letztendlich steht nicht fest. Aber es könnte passieren, dass er genau dieses Gutachten dann noch als Beweismittel zulässt. Die Weinheimer Ärztin Monika Giang war Anfang 2023 zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Derzeit läuft die Berufungsverhandlung am Landgericht Mannheim. Gestern wurde das Stoßpädoyer der Verteidigung gehalten. Wir sprachen mit dem Prozessbeobachter und Journalisten Wilfried Walter. Herr Walter, herzlichen Dank. Gerne. In den Gesundheitsämtern rattern die Faxgeräte, der Arzt greift zum Rezeptblock und die Apotheke versucht zu entziffern, was der Doktor wohl da geschrieben hat. Mit diesen Klischees könnte man scherzhaft das deutsche Gesundheitssystem beschreiben. Doch spätestens seit Anfang des Jahres weht ein anderer Wind. Das elektronische Rezept ist da. Gespeichert wird es auf der versicherten Karte und kann dann von Apotheken ausgelesen werden. Das soll unser Leben einfacher machen, insbesondere wenn wir auch noch eine App installieren. Heute ziehen wir die Bilanz des Starts des E-Rezepts. Nach über einem Monat in der Praxis fragen wir nach beim Apotheker Thomas Luft. Er hat seine Apotheke in Neckarhausen bei Mannheim. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Dienstag, der 2. Januar. Das war vermutlich Ihr erster Arbeitstag im neuen Jahr und es war auch der erste Tag des E-Rezepts. Wie ging es denn los? Es ging gut los. Wir waren überrascht, dass es also keine Ausfälle gab. Und wir waren auch überrascht über die Vielzahl an E-Rezepten, die auf einmal auf uns eingeprasselt ist, sage ich mal in Anführungszeichen. Wir waren natürlich vorbereitet, also das E-Rezept sollte ja schon 2020 eingeführt werden. Wir warten da seitdem drauf. Im Juli letzten Jahres gab es nochmal große Änderungen, die das E-Rezept beflügelt hätte haben sollen. Da ist aber nichts passiert und erst jetzt im Januar war die Verpflichtung der Ärzte, das auch zu nutzen und dadurch kam das Ganze erst ins Rollen. Nach Ihrer Aussage überraschend gut angelaufen. Mich überrascht Ihre Aussage. In den Medien habe ich auch andere Sachen gelesen. Beispielsweise, wenn Sie ein Medikament herausgeben sollen, aber den Hersteller nicht konkret haben, ist es sehr kompliziert, das dann umzustellen auf einen anderen Hersteller. Da hat sich eigentlich durch das E-Rezept gar nicht so viel geändert oder eigentlich gar nichts geändert. Also die Abläufe, nachdem das Rezept da ist, die sind gleich geblieben. Heißt in diesem Fall, Sie haben zwar nicht das Medikament, was der Arzt verschrieben hat, aber Sie können es ändern. Wie funktioniert das? Ich kann das Rezept nicht ändern, aber ich kann zumindest, wenn es einen Alternativartikel gibt, den raussuchen und dann eben auch auf das E-Rezept abgeben. Da hat sich an der Vorgehensweise nichts geändert. Der einzige Unterschied ist, dass wir früher eben auf das Papier was draufgeschrieben haben. Das passiert jetzt elektronisch. Wir müssen also tippen. Aber vom Grundsatz her, das zu suchen und abzugeben und entsprechend zu dokumentieren, das ist gleich geblieben. Größere Probleme gibt es natürlich, wenn der Arzt was verordnet, was es gar nicht mehr gibt. Also das haben wir tatsächlich leider auch noch. Artikel, die eben bei uns schon lange nicht mehr in der Datenbank gelistet sind, sind oft in den Arztsystemen noch drin. Und das zweite große Problem, was wir immer noch haben, ist, dass es manchmal dazu kommt, dass das Rezept noch gar nicht da ist. Gedacht ist es ja so, dass ich mit meiner Krankenkassenkarte zu Ihnen komme, die wird dann da ausgelesen und dann bekomme ich das Rezept. In wie vielen Fällen lief das jetzt so oder in wie vielen Fällen sind Menschen dennoch mit einem ausgedruckten Rezept zu Ihnen gekommen? Also wir hatten im Januar etwa 80 Prozent, würde ich jetzt sagen, die mit der Karte kamen, ganz ohne Papier. Wir hatten dann vielleicht nochmal 15 Prozent, die kamen mit Papier oder hatten Papier und Karte, beides. Dass der Arzt einfach das Papier als Backup ausgedruckt hat. Und wir hatten ganz, ganz wenige Menschen, die mit der E-Rezept-App kamen, die es gibt. Aber das war also wirklich marginal wenig. In meiner Vorstellung hatten Sie vorher noch eine große Zettelwirtschaft mit wahrscheinlich tausenden Rezepten pro Jahr. Und jetzt wird das alles automatisch gemacht. Ist die Vorstellung so richtig? Grundsätzlich schon. Die Zettelwirtschaft ist da gewesen bei uns, natürlich. Also wir haben durchaus mehrere tausende Belege gehabt und die wurden auch dann immer regelmäßig vom Rechenzentrum bei uns abgeholt. Das entfällt jetzt komplett, weil wir selber entscheiden können, wann schicke ich das Rezept zur Abrechnung. Allerdings ist es dann nicht so, wie man jetzt meinen könnte, dass man dann direkt, wenn man sagt, okay, das möchte ich jetzt abgerechnet haben, auch das Geld bekommt. Also an dem Auszahlungsintervall, was in den Apotheken so üblich ist, hat sich so gut wie nichts geändert bis jetzt. Die großen Vorteile sollen erst mit der App auf dem Smartphone zum Tragen kommen. Was soll die App bringen? Die App soll ermöglichen, dass der Patient direkt, wenn er schon beim Arzt ist und eben das Rezept in seiner Smartphone-App hat, sich die Apotheke seiner Wahl aussuchen kann und dieses Rezept schon direkt an die Apotheke schicken kann. Und auch so ist die Theorie, von der Apotheke gleich Bescheid bekommt oder zeitnah Bescheid bekommt, ja, das Medikament ist da, du kannst es gleich abholen oder wir bestellen es für dich und es ist dann heute Mittag, morgen früh oder wann auch immer da. In der App sollen auch die Rezepte der vergangenen 100 Tage einsehbar sein. Was hat das da für Auswirkungen in der Praxis? Das kann ich noch gar nicht beurteilen, weil die App-Nutzung so gering ist. Also im Prinzip ist die App ja die Vorstufe, so sehe ich es, zur elektronischen Patientenakte, die ja dann auch noch kommen soll. Und die 100 Tage in der App, das ist für den Kunden okay, dass er eine kleine Historie hat. Ob das sinnvoll ist, bin ich mir nicht ganz sicher. 100 Tage sind drei Monate, das ist normalerweise der Zeitraum, in dem der Kunde, wenn er jetzt eine Dauermedikation bekommt, also ich sage mal, ein Diabetiker, der geht alle drei Monate zum Arzt, weil eben die Packungen drei Monate reichen, da könnte es sich beim E-Rezept etwas verändern, aber das ist bis jetzt alles noch nicht umgesetzt von den Ärzten größtenteils. Wenn das jetzt richtig anläuft mit E-Rezept und App, vielleicht ist das ja auch eine Gefahr für niedergelassene Apotheken. Also dann muss ich ja gar nicht mehr zu Ihnen gehen, sondern ich kann auch zu Doc Morris oder anderen Versandapotheken gehen und das E-Rezept dort einreichen, kriegt das bequem nach Hause geschickt. Ist das eine Gefahr für Sie? Das weiß ich noch nicht. Also im Moment nicht, weil auch da die Nutzung dieser App noch zu wenig verbreitet ist. Natürlich kann das eine Gefahr werden, aber wir haben einen Vorteil, wir sind schneller. Die ganzen Versandapotheken haben ja immer noch das Manko-Postweg, also selbst wenn jetzt der Papierrezeptversand wegfällt, aber man braucht halt irgendeinen Dienstleister, der es ausliefert und wenn ich so die Postlaufzeiten bei DHL und Co. anschaue, dann sind die im Moment sehr stark am Limit. Das schaffen wir lokal schneller und das ist nach wie vor der Punkt, wo wir besser sind. Zum einen. Zum anderen haben wir natürlich auch die Möglichkeit, wenn der Kunde bei uns das bestellt, möglicherweise auch noch ein paar Hintergrundinformationen zu haben, wenn er sowieso Kunde bei uns ist. Aber das ist bei den Versandhandelsmenschen nicht großartig anders. Nur ein Unterschied ist, wenn man den auch mal von Angesicht zu Angesicht gesehen hat und er nicht nur den Versand nutzt, dann kommt da manchmal viel mehr raus, als wenn man nur das Papier kennt oder das digitale Rezept. Sie sagen, so ganz verbreitet ist die App noch nicht. Ich habe mich mal schlau gemacht auf der Seite der Bundesregierung und bei der Techniker Krankenkasse, wie ich das eigentlich benutzen könnte. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, lese ich mal vor. Möglichkeit 1. Ich brauche die E-Rezepte-App und ein Smartphone mit Near-Field-Communication und meine Krankenkassenkarte mit Near-Field-Communication und dann noch eine PIN. Möglichkeit 2. Das beschreibt die Techniker Krankenkasse so. TK-Ident-App herunterladen, dann wechselt zur E-Rezept-App, dann in den Profileinstellungen auf Anmelden gehen, dann auf die Versicherungs-App gehen und den Anmeldevorgang mit TK-Ident durchführen. Klingt das nur kompliziert oder ist das kompliziert? Es ist kompliziert. Also wir haben das bei uns selber schon versucht, auch mal die App für uns freizuschalten, für unsere Familien innerhalb meines Teams. Es ist wahnsinnig umständlich. Es scheint fehleranfällig zu sein. Also die eine Kollegin, die hat es dann endlich geschafft, war total glücklich, dass sie endlich das mal auch ausprobieren konnte, dass man ein Rezept an uns schickt und sowas. Tag später war alles wieder gelöscht und sie musste bei Null anfangen. Es macht wenig Spaß, diese App zu nutzen und auch wenn es jetzt diese Möglichkeit mit dem TK-Ident, da ist die TK nicht alleine, das haben ganz viele andere Krankenkassen inzwischen auch, dass man eben für die Freischaltung nicht die PIN braucht, wie auch immer man die dann bekommt, sondern dass man dazu die versicherungseigene App benutzen kann. Das ist ja der Plan unseres Gesundheitsministers, dass man eine Gesundheits-ID bekommt. Jeder Bürger kriegt jetzt nicht nur eine Steuer-ID, sondern auch noch eine Gesundheits-ID, mit der man dann eben sich digital ausweist und sagt, ja, ich bin das und ja, das ist mein Rezept und ich möchte es gerne einsehen. Während der Covid-Maßnahmen waren Bürger zum ersten Mal gezwungen, Gesundheitsinformationen auf dem Telefon zu speichern, beispielsweise negative Testergebnisse. Mit der App geht das ja noch viel weiter. Die Rezepte lassen Rückschlüsse zu, beispielsweise auf eine Tumorbehandlung, auf erhöhten Blutdruck oder HIV, also sehr sensible Daten. Wie sicher ist das? Das ist eine gute Frage. Kann ich Ihnen so nicht beantworten, weil ich überhaupt nicht weiß, was da technisch in der App passiert. Also es wird ja immer behauptet, das sei alles abgesichert und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat da auch ein Auge drauf und wacht über die App und auch über die anderen Apps, die es da im Gesundheitsbereich gibt. Aber wer da jetzt wirklich Einblick hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die App selbst gar nichts kann, weil der ganze Legitimationsprozess dann auch innerhalb dieser Telematik-Infrastruktur passiert, auf die ja nur Anbieter aus dem Bereich, also sprich im Moment Ärzte und Apotheken Zugriff haben. Das gleiche gilt ja dann für die geplante elektronische Patientenakte. Da gibt es ein sogenanntes Opt-out. Das heißt, wir sind erstmal alle drin. Es sei denn, wir sagen, wir wollen nicht drin sein. Habe ich das so richtig dargestellt? Das ist korrekt so, ja. Warum sollte ich das aus Ihrer Sicht tun? Also jetzt mal abgesehen von den datenschutzrechtlichen Aspekten, die müsste man natürlich mit Computerexperten besprechen, mit Softwareexperten. Also warum sollte ich das tun, wo ich doch bislang auch ganz gut versorgt wurde und gar keine großen Probleme hatte? Also das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Da denke ich auch, kommt es darauf an, bin ich jetzt jemand, der wirklich mehrfache Erkrankungen hat, die möglicherweise auch ineinander greifen und wo es sinnvoll ist, dass eben nicht der Arzt A die Röntgenuntersuchung macht, der Arzt B röntgt das Gleiche nochmal. Um eben Doppeluntersuchungen zu vermeiden, kann das sinnvoll sein. Ich persönlich wäre da aber sehr vorsichtig, wer da was wie wo einsehen darf und würde es erstmal nicht machen. Das E-Rezept und die App sind jetzt erstmal noch Neuland. Wird das unsere neue Normalität? Wird das dann ganz selbstverständlich? Was ist Ihre Vermutung? Es ist die neue Normalität. Also die letzten Wochen zeigen, dass das Ganze funktioniert, technisch. Es ist völlig egal, ob der Arzt jetzt einen Ausdruck macht oder nichts macht oder sonst irgendwas. Wenn das Ding elektronisch ausgestellt ist, ist es über einen der drei Wege abrufbar. Seit 1. Januar gibt es in Deutschland das E-Rezept. Das soll die rosafarbenen Papierrezepte ablösen und das Leben von Ärzten, Apothekern und Patienten erleichtern. Erste Erfahrung hat uns Thomas Luft geschildert. Er ist Apotheker in Neckarhausen bei Mannheim. Herr Luft, herzlichen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Ich bin Benjamin Gollme und darf mich von Ihnen verabschieden. Wir sprachen in unserer Sendung heute über den Prozess gegen Dr. Monika Zhang, über die neuen E-Rezepte in Deutschland und das Selbstbestimmungsgesetz. Auf unserer Internetseite kontrafunk.radio können Sie die Gespräche noch einmal hören. Gerne können Sie auch Ihre Freunde oder Kollegen auf den Kontrafunk aufmerksam machen. Vielleicht zum Einstieg auf Matthias Matussek. Der Bestsellerautor ist einer der renommiertesten Kulturjournalisten Deutschlands und natürlich bei uns zu hören. In den vergangenen Wochen hat er unter anderem von seinen Erfahrungen als Korrespondent in der DDR berichtet. Heute Abend ab 20.05 Uhr zieht er die Blue Jeans an. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020